Liebe Freunde, es ist wirklich unglaublich, gestern in Kärnten, Wahnsinnsstimmung, heute dann in jedem Wahnsinnsstimmung und egal wo wir hinkommen, mehr Leute als die Grünen überhaupt noch gewählt haben und gut so, liebe Freunde. Und eines, glaube ich, zeigt das, ihr habt mit meinem Vorredner Gott, den nächsten Bürgermeister von Wien gesehen. Einen großen Applaus für unsere Sonnenrückwünsche. Und da merkt man ganz einfach, wenn man da hineinschaut ins Zelt, liebe Freunde, da liegt was in der Luft. Da liegt in der Luft die Möglichkeit und die Chance auf eine positive Trendwende. Die Chance auf eine Trendwende hin wieder zu einer Hoffnung. Eine Trendwende hin zu einer echten Normalität. Eine Trendwende hin, dass endlich wieder Politik für die Leitmacht wird, für, und nicht die ganze Zeit schnurgratter gegen, wie es die letzten Jahre der Fall war. Richtig! Jawohl! Und genau deshalb, liebe Freunde, sind wir heute da. Genau deshalb, weil wir der Meinung sind, es braucht sie noch die Kraft. Die Kraft, die auf eurer Seite steht. Weil wir der Meinung sind, es braucht sie noch die Kraft, die sie nicht kaufen können, die sie nicht verbieren können und die sie auch nicht aufhalten können, egal wie sehr sie es probieren. Weil wir der Meinung sind, es braucht sie die Kraft, die Todringen noch ein Herz für die Menschen hat. Herr wird quicken, dass sie kommt und sitzt und allein, ein Herz für die conceit. Volkskanzler statt Volksverheten werden zum Großkanzler, Volkskanzler! Volkskanzler. Vielen Dank.